Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von The Forest Part 4 mittlerweile und ja, die letzte Part war natürlich nicht ganz so spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber dieser Part wird umso spannender. Da sind schon zwei Mollucks, die uns irgendwie gar nicht beachten. Wir holen uns jetzt hier ein paar Fische. Ja, warte, hier ist ein Fische, ne? Lass er da nachmachen. Oh, da sind... Hinter uns, hinter uns! Hier sind richtig viele. Sechs, sieben Stück oder so. Wo ist der, wo ist der? Das ist ein größerer, ne? Was ist denn das für eine Farbe? Das ist ein größerer. Okay, da sind richtig viele. Hol, nein, hol die Fische, hol die Fische, hol die Fische. Ich hab da noch mehr getötetet, du musst sie nur nehmen. Okay, warte, hier liegt noch einer. Also, hinten sind noch welche gespawnt, da sind jetzt fünf Stück von denen. Drück einfach eh, das sind ein paar Fische drin. Bist du weg schon? Ne, ich nehm den Mollock noch mit für Knochen. Okay, dann nimm. Okay, dann schnell jetzt. Weil, wenn du gesagt hast, das sind viele. Ja, da sind, da sind nochmal drei gespawnt, wirst du in der Folge sehen. Was, was ist denn das? Da ist noch einer hinter dir, schnell, schnell jetzt. Achtung, ich kill den. Dann leist noch mehr auf dich zu. Hallo. Ja, ich kann nicht. Komm, nimm ihn, nimm ihn. Der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr, komm. Kommt noch einer, ne, ne? Beobachte kurz, beobachte kurz. Okay, ähm, heute wird eine spannende Folge, denn wir gehen nachher auch noch in die Höhle, unser erster Hüllengang, ähm, um eventuell Katana oder etc. zu finden. Okay, perfekt. Dann fahr ich denn noch hierher. Dann haben wir ja richtig gut vorgesagt, das heißt, wenn wir wieder kommen, haben wir auch ein bisschen was zu essen und falls wir was bauen wollen, auch alles hier und dann, äh, würde ich sagen, ich folg dir, wenn du weißt, wo es hingeht. Und dann gehen wir in die Höhle. Alter, da, da, oh mein Gott, da rennen tausende Mollucks. Warte, ich guck, ich will mir das nur angucken. Das tausende, die rennen auf uns zu. Ähm. Jetzt bleiben sie stehen, aber es sind echt, eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Was machen wir hier, was machen wir hier? Weiß nicht, kommen die immer noch. Ja. Ja. Hast du gespeichert? Steiß, wir haben nicht gespeichert. Renn zurück, schnell, schnell. Wir haben gar nicht gespeichert, fuck. Alter, wie viele das waren, woher? Die kennt, die kennen uns ja verstecken. Nee, 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 glaube ich nicht. Nee, nee. Wenn sie uns jetzt in der Erinnerung, ja, aber jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich kann nicht mehr schnell rennen. Alter, das waren tausende. Das waren fünf oder sechs, aber es ist schon übertrieben, ja. Nee, du hast nämlich, wer hier noch nicht gesehen, wohin am Berggerand sind. Ja, da waren noch mal drei plus. Drei plus. Ja, was ist hier? Zweifel einfach mal in dem Baumhaus hier. Ja, klar, können wir machen. Ich komme hoch. Okay, abspeichern haben wir vergessen. Wir sind echt klug. Wir gehen los, ohne abzuspeichern. Oh, hilf! Ja, das Ding ist, wollen wir dann da noch lang, weil ich glaube, die Höhle ist da, soweit ich das weiß. Ja, in der Höhle begegnen wir sowieso vielen. Nein, nein, geh mal hoch, geh mal hoch. Hier, hier, hier. Wir laufen jetzt einen anderen Weg. Oh, die rennen hier unten rum, genau bei der Höhle. Ich glaube, das wird keine gute Idee. Wo ist die Höhle? Hier. Irgendeine, nee. Guck mal, siehst du die da unten? Ja, diesmal sind es nur drei. Drei können wir es locker aufnehmen. Ja, aber ich will ja eigentlich nicht. Oh, das wird wirklich eine spannende Folge, ey. Sterben wir? So wird es heißen, Alter. Aber es wird Nacht gerade auch noch, ne? Wir hätten auch speichern können. Aber wir müssen ja eh in die Höhle, äh, schlafen können. Aber wir hätten ja, ja, wir müssen eh in die Höhle. Wo ist denn die Höhle nochmal? Ich kann nicht mehr reden, bleib mal stehen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Doch hier. Hier, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo die Höhle ist, Mike. Ich hatte die Freunde noch gezeigt, wo wir herhängen. Gehlaufen sind, oder? Die war weiterhin. Wir müssen ja weiter hier vorne. Der Monox mit den Höhlen. Nee, 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 nee. Wo ich bin, kommt zu mir. Nein. Doch, doch, die war wirklich weitergegeben. Da konnte ich auch, die kommen, die kommen, die dann auf die Zoo, wo? Die dann auf die Zoo, 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 die dann auf die. killen, 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 killen oh, Junge ich hab keine Ausdauer, Alter ist der schnell ich steh nix, Junge Hilfe, Hilfe ich hab keine Ausdauer Junge ich seh nix nach unten schlagen da ist auch einer ich hab keine Ausdauer, ich bin halt tot ich bin fast tot der geht voll auf mich, ich bin fast tot was machst du denn mit Feuerzeug, Alter noch einer ich bin fast tot, warum lässt du die denn mir ja ja, dann weg nein, die haben mich voll hart gehitet und ich hab immer noch keine Ausdauer Alter, Junge die haben mich so hart gehitet warte mal, ich muss Medizin nehmen warte kurz ich hab fast keine Medizin mehr ich baue ein Lager, Junge da ist noch einer, hinter dir wo, wo? ha 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 Bauern schnell, ich hab... oh nein, ich hab keinen... ne, wir haben keine Stöcke nein die Stöcke müssen wir mitnehmen für sowas ich hab keine Medizin, du hast, hast ein Tabletten, ja, du hast ein Tabletten, ne hier hab ich Medizin, das ist die Frage äh, ja, ich hab Medizin ja, gib mir mal was, ich bin, ich kann, wie viel hast du, hast du viele oder nicht? kann ich kombinieren doch, 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 kann ich Alter, waren das viele warte, hier, hier, hier danke wir haben ja noch nie mal hier überlegt ok, dann kann... kann sie noch mal speichern dann? jetzt kann ich speichern warum? ja komm, zählt speichern, speichern, oh oh, meine Mutter komm jetzt, schlaf doch komm jetzt, schlaf doch ey, ich brauch was zu essen, ich bin halbtot, ne bin fast ganz tot ich nicht warte, ja, da sind richtig viele Mullos ich hab nix zum essen doch, ich hab was zum essen tatsächlich warte mal, ich mach mal Feuer alter wenn's geht hast du Stöcke, bitte zwei Stück ich hab nix, wir müssen wieder davor ich hab, ich bin ja nicht mituntergegangen, weil ich Angst hatte, weil's dunkel war da wir müssen trotzdem zusammenleiden also nicht, lass mich jetzt sein Tag sind die, glaub ich, nicht so aggressiv warte, ich will aber auch ein paar ey, hab aber übelst Hunger und hier sind Stöcke, übelst viele ja, zwei das Ding ist halt was sollen wir essen, was sollen wir trinken jetzt das Molo, das Molo, bei dir oben bei uns, bei uns ja, ja bei uns am Haus jetzt die sind, glaub ich, die Leiche da sind noch welche das war eine Frau, die ist nicht so stark die rennen aber weg die rennen aber weg die rennen weg du hast ja gesehen, die waren jetzt dunkelblau und nicht so rot die dunkelblauen sind so ein bisschen gefährlicher die haben, glaub ich, die Leichen gesehen und holen jetzt ihre Freunde ja ne 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 der hat sich gerade einmal umgedreht alter dann tu mal die Dinger drauf hier oh oh junge, fast noch mehr hier irgendwo ne nein, ich hab noch einen nein ne ne, das waren mehr waren locker aber wir müssen das wirklich jetzt tagsüber schnell machen die Höhle, weil äh in der Höhle, wir werden so sterben ne wir gehen so drauf in der Höhle hast du irgendwas zu essen, hast du für mich auch was? ne, ich hatte nur ein was, das ist das Ding wir müssen gucken hast du was? da ist einer oh Hilfe Junge ich schreit der ich sag ja, das sind die jetzt hilft mich schon wieder das ist ein männlicher Schrei ich geh nicht auch nicht drauf jetzt sterb doch mal du du musst Arschloch die haben die, warum treffen mich? ich mein, diesmal hat er mich nicht so richtig getroffen, aber kam damit du auch mal ein paar genommen ich hab jetzt auch noch mal ein paar genommen hab ich ich hab zwölf Stück ich muss baden, ich bin richtig rot ja, wenn du Blut, wenn du blutig bist, dann musst du ins Wasser kurz dann geh doch an den Wasser du bist nicht blutig an den Händen ne, die treffen mich nicht ich hab kein Stück Leben verloren ich hab wieder ein bisschen was verloren und es ist nur ein Muld gewesen da hinten sind Alter, da kommen vier Stück oder so da kommt viel von unten hier sind wir gar nicht sicher, Junge Alter, wir müssen weg ist das wegen der Höhle? das ist so ein Boss das ist so ein Boss nein, oder? Alter, geh weg Buga! Buga! die schmeißen irgendwas Feuer es leckt bei mir es leckt bei mir es leckt bei mir es leckt es leckt wir werden so sterben ich bin fast tot und ich hab wieder keine Ausdauer komm auf den fetten 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 helf mir er, greif mich an ich hab keine Ausdauer ich hab so keine Ausdauer das kotzt mich an der hat irgendwas gutes gebrockt glaube ich ich hab ja gesagt die fetten die fetten droppen immer sag ich doch aber ah ne Keule mein Herz alter der wacht auf ich hab ne keule gefunden ich glaub das ist ne Waffe ich kann nicht noch mehr aufsammeln ich muss mir jetzt was machen äh bleib bitte wach kurz ich muss mir was machen ne Knochenrüstung ich kann nicht mehr aufheben ich bin halt voll war das dumm dass ich auf den draufgege hinter dir hinter dir hier sind so viele ich benutze die Keule ich benutze die Keule ich benutze die Keule wo die gedroppt haben er zieht voll viel Rüstung ab grad ey es kann doch nicht sein ich kann hier nichts wir müssen weg Flo es kann nicht sein ey wir werden hier sterben ich hab nichts zu essen mein Hungerbalken ist ich hab keinen Balken mehr du musst mir was geben jetzt irgendwas besorgen Hasen irgendwas ich hab nix warte 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 nix es ist nicht mal ein Fitzelchen ja ja ich hab ne Exzen dann schnell aber jetzt bitte es ist nix mehr es blinkt so auf es blinkt im Sekundentakt und ich kann nur nix craften auch drauf ich tu es drauf wo ist das Feuer ich muss es ich esse nen Snackgut ist ne neue ich esse Snackgut ich hab was drauf ich hab was drauf ich hab was drauf ich hab was drauf ich kann mich jetzt echt verteidigen ich bin so low die rennt weg die rennt weg die Frau ist auch nicht stark aber wenn jetzt wieder gleich einer hinter mir ist gut Männer ey komm ess einfach und wir gehen wir gehen einfach ich nehm die ganzen Knochen ist egal jetzt hat wir müssen einfach weg nimm die Knochen nimm die Knochen ich kann den nicht Hilfe ich kann das ich kann es nicht essen doch jetzt geht Alter ich war voll okay bist du voll essen voll aber leben auf keinen Fall nimm die Knochen noch nimm die Knochen hier ich kann nicht ich muss mir ne Knochenrüstung machen aber da musst du mich beschützen da ist einer wieder die Frau mach 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 ok ich mach einfach ich mach mach sechs ne eins zwei drei vier fünf sechs eins zwei zwei oder wie viel drei drei oh mein Gott oh Gott noch einer drei die rennen wieder weg egal 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 ich mach Gott da oben sind die kommen das sind so viele ich hab grad zwei Rüstungen wieder ich sammle auf hinter dir auch what the fuck nein 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 das sind auch so viele oh mein Gott was ist das du musst mir helfen bleib bei mir bleib bei mir du bist in die andere Richtung Junge rennen runter zum See zum See runter zum See runter ich kann nicht mehr schnell die sind hinter mir her die sind alle hinter mir her ich kann nicht ich wusste nicht wo du hin gehst du musst zu mir hochkommen du musst zu mir hochrennen nein komm runter ich bin tot jetzt die greifen mich an die sind alle hinter mir komm runter der schlägt mich er schlägt mich hinter dir ist auch einer hinter dir ist auch einer ja ich weiß geh in den Fluss rein geh in den Fluss rein ich hab grad so Angst können die nicht schwimmen ok dann schwimm zur anderen Seite weiß ich nicht ich kann nicht mehr rennen komm ich kann nicht mehr rennen geh ja komm komm hilf mir kurz oh ja die können nicht schwimmen oder ne die gehen raus der erstickt die können nicht schwimmen oder oh guck mal wie viele das sind guck dir das an alter what the fuck können die schwimmen oh die gehen ins Wasser ne die gehen wieder raus alter guck mal ey Junge ich weiß auch nicht das sind einfach 14 Leute oder so ey das waren so viele ich hab voll rum geschrien du musst mich so runter ich auch aber alter wir müssen aber zurück jetzt ey wir haben den falschen Ort rausgesucht Junge aber warum sind das so viele weißt ne ich hab dich so beschützt war ne Frau auf einmal kommen davon hin also von äh bei der auf einmal so 5 Leute dann dreh ich mich um will zu dir gehen sind hinter dir ungefähr 50 Milliarden warte mal kurz ich mach mir Rüstung ich hab übelst viele Knochen ich hab auf normal gestellt die sind da schon wieder die sind da schon wieder die sind da schon wieder ich sehe sie noch nicht da vorne alter übelst ja jetzt einen sehe ich 2 3 4 ok da warte kurz lass die erstmal vorrennen aber wohin rennen die das wäre aber auch mal was gutes zu wissen ok jetzt rein 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 los warte kurz ich stell mal vor die sind jetzt für unsere Base ich höre was nein ja also die hier sind es kann nicht sein vorhin war hier keiner ich dachte es ist ein guter Ort du hast mal kurz Ausschau speichern ok ich war ja auch mal gespeichert haben wir was war das wo was zur Hölle sind die jetzt hier äh äh scheiße alter hast du mich grad erschrocken ich dachte du was es kann nicht sein ich muss jetzt was essen und drehen ja ich auch aber würdest du hast sie auch grad gehört ne vielleicht war das ja ja ey Junge was also du hast gesagt letzte Folge es wird eine spannende Folge anscheinend ja ja mischen mit der Höhle das ist schon mal cool es wird nichts mehr ne warte ich du mal für dich auch was drauf ne ja bitte ich bin gespannt was die Leute in die Folge schreiben warum hier so viele Leute sind ey wenn ihr das wüsst bitte schreibt man ja ich würde das wirklich interessieren warum hier so viele sind also das ist es ist un hä es kann nicht sein ich weiß wo wir da uns äh wo wir angegriffen wurden bei so vielen nachts ne ähm da in der Nähe ist irgendwo die Höhle ich weiß nicht die sind hier wo ich hab nicht gehört ich hab nicht geh mal nicht weg denn dann sind sie aber hier oben von kommt das vom Lager ja ja von der Richtung weil ich war grad da hinten und da hab ich nichts gehört wenn du es gehört hast sind sie entweder das war genau das gleiche wie vorher dann sind sie hier links irgendwo links oder grad aus dann geh mal nicht vor wir müssen eine Mauer bauen ich hab keine Lust darauf ja nein wenn wenn hier 14 Leute kommen achso ich muss ihn noch drauflegen boah einer ist fertig also wenn hier es kann wir müssen eine Mauer bauen oder hier weg weil es kann nicht sein dass 14 Leute oder so zu uns dann hierher kommen das waren ja locker mehr als 10 also Leute wenn das unter 10 waren von den Moluks das kann nicht sein ne die waren über 10 das waren safe mehr ja aber was bauen wir für eine Mauer ist Stein besser oder Holz also Stamm ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben was ihr zu so einer Steinmauer sagt ob das okay ist ob man hier ob die Moluks halt rüberspringen können oder nur wir ähm weil ich weiß nicht wenn man so schnell rennt an manchen Stellen vor allem hier über den Stein oder so kommt man auf jeden Fall rüber ja soweit ich weiß äh eine Holzmauer ist halt also eine Baumstammmauer ja die ist übelst hoch aber die kostet natürlich auch dementsprechend also ja eben ihr könnt da gerne eure Meinung einschreiben ob was besser ist und so also wir lassen die jetzt erstmal so die würde dann so aussehen bis dahinter gehen weil von meiner Meinung nach kommen die Moluks auch von der Richtung weil kaum gehen wir in das Gebiet ist auch alles voll ähm hier ja und sobald wir daheim sind also hier daheim ich finde den Ort nicht schlecht muss ich ganz ehrlich sagen außer sie haben es dann irgendwann entdeckt und dann kommen hier zwölf, zwanzig Leute hin äh wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ein paar Stöcke noch mitnehmen du hast schon ne okay dann nehme ich keine mehr mit ähm damit wir doch nimm mit nimm mit damit aber jetzt wird es nochmal abends ja dann schlafen wir nochmal ist doch kein Problem damit wir dann eben jetzt nochmal ähm ganz entspannt hoffentlich in die Hülle gehen können und ähm ja wie gesagt also ich kann es euch nicht sagen was das ist wäre wirklich cool wenn ihr uns da ein bisschen weiter helft und sagt okay das ist das und deswegen deshalb sind da so viele Moluks also ich habe echt keine Ahnung ja erstmal warum hier so viele Moluksen und ähm ob die Steinmauer überhaupt was bringt oder ob nur zwei Sachen wären echt wichtig wenn ihr uns da müssen helfen könnt halter die Folge war bisher schon äh heftig für uns zumindest und äh mal gucken was in der Hölle jetzt abgeht der Donner macht mir richtig Angst äh Flo wo was 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 ich bin mir jetzt gar nicht sicher aber da ist ein Moluk wo unter uns wo ja 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 ist er tatsächlich Mama nein 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 warte 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 da ist er nein ich bin nur da kann ah Entschuldigung hä ist er nicht gewesen jetzt ist er jetzt ist er dies da kommen mehr komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch ich habe gehört oh nein die haben unsere Lage entdeckt Leute ich weiß nicht was das ist was ist das also ich glaube wir haben uns halt oh nein das ist kalt ich speichere nochmal ab scheiße ich zitter übel also entweder wir können gleich schlafen dann ist wieder Tag also entweder es liegt wirklich daran dass wir so nahe an Lager gebaut haben aber es ich habe dir gesagt es ist nicht so geil nahe an Lager zu bauen oh fuck ich bekomme schon Schaden glaube ich aber es ist ziemlich kalt doch doch ich ich ja jetzt habe ich Schaden bekommen fuck 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 bitte lasst schlafen komm es ist gleich fertig das Stück ist nur so ein Pingelüppel jetzt schlafen dann ist Tag dann halbiges Tag was ist das wir haben jetzt hier nochmal bei den Zelten abgespeichert dann gehen wir einfach hier rein das ist ein anderer Eingang ich bin aufgeregt ja wenn es da unten ja geh doch runter wenn es hier oh mein Gott ich habe Schiss ich es leckt bei mir wenn ich da nicht schon tot bin wenn es hier jetzt auch so abgeht ja das leckt dann weiß ich auch nicht oh mein Gott ich habe Angst hier war warte stopp 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 warte Fackeln machen oder so das bringt dir eh nichts wenn du jetzt gleich nochmal hier runter gehst dann ist die Fackel wieder aus dann kannst du hier noch eine machen alter nee mach ruhig mach ruhig stock und dann nimmst du sie in die Hand und das soll ich auch machen und jetzt wie 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 mit L anzünden ja ich ich hey ich zünde es mit L nicht an ah doch jetzt halt okay L gedrückt halten ja ja keine Ahnung ok dann warte kurz dann mache ich mir nämlich auch eine nein 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 einer muss doch kämpfen ach so ja danke ich kämpfe alles klar Alter ich hab ja du musst dann aber vorgehen mit der Fackel weil sonst sehe ich ja nichts Alter hier sind Camps ja hier kann man Loot haben step nicht so lass speichern lass speichern nochmal okay erster Part geschafft ja Alter wir sind solche Schüsse aber warum haben wir uns ins Spiel gekommen deine Hand ist grad in meinem Schwanz das sieht grad so falsch aus da ist er da ist er da ist er werf er rennt schon er rennt schon oh spring weg der 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 diese durch den interessiert es kann jetzt kann ich auch nicht oh nein oh nein hallo ich bin behindert und ich bin habe gefragt ob der behinderte nicht ja träff ich noch er wird es sind ja auch er stand mitten im Ali bei mir und ich bin die ich bin ja aber freundlich ist jetzt jetzt da das ich lasse noch mal durch ich habe keinen mehr jetzt dann tauscht ok ok molly molly mal schnell ausrüsten zack anzünden jetzt renner wieder er ist tot wir haben es hat funktioniert es hat funktioniert macht die fackel ganz entspannt jetzt macht die fackel und dann stock und tuch oder ja warum geht es nicht bereit weiter zu gehen ja ich stelle mal vor als kommt noch fernene das glaube ich nicht oder dass man hier sind kisten machst du auf böller sind hier das ist gut oder ja sprengstoff ist gut nehmen so viel mit wie du kannst ich habe voll ist ja auch noch mal so was drin ja als ob hier nur sprengstoff aber ist nein scheiße ich habe die kack dinge angeguckt ja muss man ja warum oder kann man fackel anzünden und weiter es muss hier noch mehr sein es kann nicht sein dass es das einzigste war ja das geht ja noch weiter lass mal am rand laufen steine warte 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 ich nehme die fackel wieder alles funktioniert stop 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 aber safe ist da einer warte leise leise schreck mich da ist noch was wirst du diesmal einfach anzünden und gleich werfen ich habe halt wenig aber ok warte ich habe auch nicht viel ausrüsten anzünden mit links klick werfen ne rechtsklick ja links klick war links klick es geht hier nicht weiter doch doch tatsächlich oh mein gott ist es warte mal kurz warte mal kurz der dunkle haarige mann grüppig ist es ich weiß nicht wohin es hier geht hier geht es auf jeden fall wieder nach oben aber ich würde sagen das ganze sehen wir in der nächsten folge nein nein da können wir jetzt doch noch ruhe oder so bis dahin lassen wir zum teil wenn sie gefallen hat ein bisschen spannung muss sein schreibt beim nächsten mal wieder rein tschau 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 eich warte warte du dastuch warte 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 warte